im heutigen quicktipp soll es darum gehen wie wir gpx dateien nutzen können um sie im google maps zu navigieren wichtig dabei ist es geht um gpx dateien mit einer route drin oder mit wegpunkten drin das problem haben offensichtlich ja viele leute oder sagen wir mal eine lösung dafür hätten gerne viele leute zumindest habe ich das immer wieder in irgendwelchen foren gesehen und auch ich bin öfters mal darauf angesprochen worden selber hatte ich ja auch eine lange zeit danach gesucht und letztes jahr ist mir irgendwann so eine idee gekommen wie muss vielleicht hinkriegen könnte habe es dann erst mal wieder aus den augen verloren jetzt habe ich es endlich umgesetzt und zwar habe ich hier am beispiel mal genommen eine route die ich im kurviger geplant habe und dann halt als gpx nur die route exportiert ich habe auch mal mein üblicher gern genommene anwendungsfall aus dem passknacker mir natur zusammengestellt die exportiert als gpx in dem fall der passknacker exportiert die immer als reine wegpunkte und beides will ich jetzt wie gesagt gerne nutzen um google maps damit zu füttern beziehungsweise die im idealfall einfach da rein zu laden und loszulegen importieren geht ja bekanntermaßen nicht beim google maps das einzige was funktioniert ist man könnte sich ein track exportieren eine gpx datei und die in my maps reinladen aber davon hat man noch keine navigation und mir ist dann halt irgendwann in den sinn gekommen man könnte ja den aufruf von google maps da kann man ja parameter mitgeben um halt wegpunkte anzugeben und so weiter und das habe ich jetzt quasi probiert das heißt ich habe hier eine kleine webseite zusammengebaut auf der ich das ganze rein per javascript jetzt da mache ist auch eine kleine erklärung drauf das heißt hier könnt ihr jetzt hergehen könnt euch entsprechende gpx datei laden ich habe jetzt hier mal drei verschiedene varianten die edersetour das ist die die wir gerade gesehen haben im kurviger das heißt das ist jetzt eine route und da seht ihr 37 punkte hat er gefunden wegpunkte in der datei und jetzt ist es so google maps kann maximal den startpunkten endpunkt und neun wegpunkte dazwischen machen den startpunkt lasse ich offen das ist immer eure aktuelle position und dann haben wir sozusagen zehn wegpunkte pro pro abschnitt pro url die man sozusagen mitgeben können und dementsprechend wird dann einfach die route aufgeteilt in solche happen ist natürlich ein bisschen blöde aber zumindest funktioniert das jetzt jetzt jeder hier ich habe jetzt zum beispiel vier routen abschnitte ich habe auch mal drunter eine karte anzeigen lassen wo jetzt wirklich und daran seht ihr es geht um wegpunkte das heißt die sind jetzt nur luftlinie verbunden aber zumindest kriegt man so ein bisschen einen eindruck welcher abschnitt zu welcher strecke sozusagen gehört die sind also farblich zugeordnet und letztendlich können wir jetzt einfach hergehen könnt ihr auf den link klicken dann wird wenn installiert google maps gestartet und ihr habt direkt die navigation gestartet so hier können wir uns noch mal die übersicht angucken und hier sehen wir das ist jetzt der erste teil von der strecke für oder von der ädersee tour zum beispiel und damit haben wir direkt die sache in anführungszeichen gelöst wir können dann hier wieder zurückgehen zu dem zur webseite könnt dort dann halt entsprechend den routenabschnitt 2 wählen und schon wird dann wiederum von eurem aktuellen punkt aus die strecke sozusagen weitergerechnet aber das wichtige sind halt die ganzen wegpunkte aus der gpx datei sind entsprechend übernommen worden zwei sachen gibt es dabei noch zu beachten das eine ist natürlich wie gesagt es geht hier um wegpunkte und dadurch man kann es ja sehen oder anhand der ich versuche es hier noch mal gerade hinzuholen das heißt unten anhand von der linie seht ihr ja luftlinie sozusagen es wird nicht sichergestellt dass die route genauso verläuft wie es im kurviger oder im kalimoto geplant habt sondern google maps geht dann einfach her und sucht sich seinen eigenen weg zwischen den wegpunkten das ist natürlich das wichtige dabei das heißt die strecke an sich die streckenführung ist auf jeden fall nicht so wie er das irgendwo geplant habt google maps ist ja eher darauf ausgerichtet wirklich so schnell und effizient wie möglich entsprechend dahin zu kommen ihr könnt zwar hier dann im google maps wenn er dann hier drin seit entsprechend noch her gehen und jetzt muss ich wieder gucken hier wenn man es hoch holt kann man hier unten noch einstellungen sagen kann natürlich dann hier unten sagen autobahn vermeiden falls ihr das noch nicht an habt aber das ist dann halt auch schon das ganze was er großartig an einstellungsmöglichkeiten hat google macht da natürlich nichts mit sachen möglichst kurvig und so weiter ihr könnt da natürlich ein bisschen gegenwirken könnten paar mehr wegpunkte sozusagen rein machen beim exportieren von kurviger.de könnt ihr das einfach anhaken dann setzt kurviger automatisch ein paar mehr wegpunkte dazwischen kalimoto macht das zum beispiel auch automatisch wenn ich jetzt hier nochmal gerade gucke ich lade das hier mal nochmal kurz rein das heißt hier das war die strecke von kalimoto wenn ich jetzt hier gucke die strecke ist eigentlich fast genauso lang aber hier sind auf einmal 58 wegpunkte drin statt nur 38 beziehungsweise in kalimoto die eigentliche strecke die punkte die ich gesetzt hat waren um die zehn stück damit könnt ihr das natürlich so ein bisschen ausgleichen müsst ihr halt gucken inwiefern sich das lohnt je mehr das natürlich macht umso öfter müsst ihr dann halt einen neuen streckenabschnitt anfangen also ist so ein bisschen balance aber ich denke mal das wichtige ist halt ihr könnt eine gpx datei machen die ihr irgendwo geplant habt oder von irgendwo gekriegt habt können die reinladen und dann geht es halt los das einzige keine tracks also keine gpx track mit hunderten von punkten weil dann müsste da theoretisch würde ich es damit auch machen können aber dann müsst ihr spätestens alle zwei kilometer ein neues segment anfangen weil im track ja so viele punkte drin sind zweiter punkt nur noch von meiner seite es kann sein dass ich hier unten die karte irgendwann entferne das ist google maps das die wollen geld dafür haben für jeden karten aufruf im moment lasse ich es mal laufen ich gucke mal wie viele von euch das wirklich benutzen wenn das zu heftig wird dann werde ich wie gesagt die karte unten drunter wegnehmen aber die funktionalität oben bleibt dass er laden könnt und entsprechend die abschnitte bekommt kriegt dann halt nicht nur nicht unten die vorschau welcher abschnitt wohin gehört aber wie gesagt wenn das irgendwie auswächst dass es geld kostet dann werde ich das unten halt wieder rausschmeißen ja und das sollte schon gewesen sein ich hoffe es nützt euch was und tschüss das ist